Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Nur auf Lotto.de Mittwoch, der 23. August. Schönen guten Abend. Willkommen zur Ziehung der Lottozahlen. Wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Und es ist natürlich alles ordnungsgemäß überprüft und vorbereitet. Wir können loslegen. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. So, alle obersten Gewinnklassen sind heute gut gefüllt. Denn am Samstag blieben fast alle davon leer. Starten wir also heute mal mit unserem Jackpot. 16 Millionen Euro warten für die 6 Richtigen mit Superzahl. Da ist die erste Lottozahl, die 9. 16 Millionen also für die 6 Richtigen plus Superzahl. Ohne Superzahl warten heute immerhin noch rund 3 Millionen Euro. Also auch der einfache Sechser ist einiges wert. Weiter geht's mit der 10. Und wenn Ihnen das noch immer nicht reicht, dann gucken wir noch schon mal rüber ins Spiel 77. Zu unserer Zusatzlotterie etwas mehr als eine Million Euro gibt's auch dort zu holen. Nächste, die 45. In Summe haben Sie heute also die Chance auf etwas mehr als 20 Millionen Euro. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Ihre passenden Lottozahlen. Vielleicht klappt's ja heute. Nächste, die 28. Ein paar Großgewinner, die gab's am Samstag dann aber dennoch. Dank Super 6 gehen 100.000 Euro einmal nach Brandenburg, nach Sachsen und gleich zweimal nach Hessen. Viel Spaß mit dem Gewinn. Nächste, die 13. Und jetzt, ja, die letzte und sechste, die entscheidet, ob sie jetzt auch gleich weiter im Spiel bleiben, wenn's um unseren Jackpot geht mit der Superzahl. Hier aber erstmal die letzte für heute. Das ist die 26. So, damit stehen die ja schon mal fest, die sechs Richtigen. Und dann geht's an dieser Stelle wie immer natürlich weiter mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmals die Daumen Ihnen allen. Viel Glück. So, wie gesagt, 16 Millionen Euro, die warten heute. Wenn Sie jetzt schon mal die sechs Richtigen haben, sind das drei. Und wenn das hier Ihre Superzahl ist, dann winken 16 Millionen. Superzahl heute ist die sechs. Und jetzt gucken wir uns nochmals alle Gewinnzahlen an. Hier sind die Lottozahlen vom heutigen Mittwoch in richtiger Reihenfolge. 9, 10, 13, 26, 28, 45 und die Superzahl 6. Jetzt noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Super 6, da gewinnt 6, 1, 2, 9, 3, 1. Und noch die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 7, 8, 6, 1, 5, 8. So, das war's schon wieder. Das war Lotto am Mittwoch. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns kommenden Samstag schon wieder. 19.25 Uhr, wie immer, natürlich live hier aus Saarbrücken. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie's gut. Tschüss, machen Sie's gut.